Die mit dem BLK360-Datenmanager heruntergeladenen Rohdaten von BLK360 können Sie in der BLK-Register360 BLK etischen und auch in der normalen Register360 importieren. Sie haben einen Ordner mit den einzelnen BLK-Dateien und um zu sehen, welche Scans sich dahinter verbergen, empfiehlt es sich als erstes die Registerlizenz zu starten und dann sollten Sie auf jeden Fall mal einen Speicherordner festlegen. Dazu gehen Sie auf den Datei Speicher, wählen hier das Verzeichnet aus, wo Sie die Daten ablegen wollen. Ich mache jetzt hier mal, ich lege das mal in den gleichen Ordner rein, Ordner auswählen und dieser Ordner befindet sich dann hier ganz unten, heißt in dem Moment Storage 6, können Sie jetzt auch hier einfach mal BLK-Daten benennen und dann müssen Sie den noch als Standard-Ordner festlegen. Dann können Sie das Ganze hier schließen und wenn Sie jetzt ein neues Projekt anlegen, dann wird das genau in diesen Ordner reingelegt und ich mache jetzt hier einfach mal BLK360-Daten und dann wird ein Projekt angelegt und jetzt können Sie im Prinzip das hier schließen, das brauchen Sie nicht und jetzt brauchen Sie eigentlich nur hergehen und die Daten, die Sie hier haben, hier ist jetzt das Projekt, was ich ja im selben Ordner angelegt habe, das ist jetzt nur 133 KB groß, weil hier noch nichts importiert wurde und jetzt gehe ich halt her und selektiere in der Regel die ganzen Scans und ziehe die per Drag & Drop hier in das Fenster rein und dann sieht man, erscheinen die hier auch direkt in der Liste und wenn Sie mit Zielmarken gearbeitet haben, dann können Sie das hier anlassen, in der Regel hat man das nicht, weil man mit Cloud to Cloud arbeitet und dann würde man einfach hier sagen, importieren und hier noch ein Hinweis, wenn Sie auf gute Bildqualität achten oder das Maximum rausholen wollen, dann können Sie hier die Qualität anpassen. Ich lasse das jetzt mal hier auf Maximal, das hier mache ich mal raus, weil das ist ja kein BDK2Go und dann drücken Sie einfach hier auf Importieren. So und dann importiert er die Daten, das dauert dann natürlich einen Moment, je nach Rechenleistung. Ich würde jetzt hier das mal abkürzen, indem ich einen Schnitt im Video mache und in diesem Fall ist jetzt der Import abgeschlossen und man sieht halt jetzt, hier sind die vier Standorte, die wurden jetzt auch automatisch verkürzt. Daraus würde ich jetzt alles nicht eingehen. Das Entscheidende ist eigentlich, dass Sie hier eine Gruppe haben und Sie sehen hier die Scan-Position und Sie können halt jetzt hier über die Bilder gehen und sehen dann die einzelnen Standorte. Und darüber könnte man das jetzt zuordnen. Also als Beispiel, sagen wir mal, die ersten beiden gehören zu einem Projekt und die anderen beiden gehören zu einem Projekt. Dann könnten Sie hierher gehen und könnten sagen, also die Übersichtskarte 1 wäre Projekt 01. Und dann könnten Sie eine weitere Übersichtskarte anlegen und könnten sagen, ich bin Projekt 02. Projekt 02. Und dann können Sie die hier natürlich per Drag & Drop einfach in dieses Projekt reinziehen und dann hätten Sie halt hier die Strukturierung. Die werden jetzt hier trotzdem alle immer angezeigt, aber eben ausgegraut, weil die miteinander verknüpft sind. Wenn die jetzt nicht verknüpft wären, also wenn man das jetzt hier löschen würde, dann würden die eigentlich auch verschwinden. Wenn wir hier wieder reingehen, löschen, löschen. So und wenn Sie jetzt, jetzt sehen Sie, jetzt haben Sie die Gruppe. Wenn Sie auf die Gruppe gehen, dann sehen Sie nur die beiden. So und damit wäre im Prinzip die Übergabe, also das wäre jetzt die Möglichkeit, das Ganze dann nachträglich zu organisieren. Und Sie können dann hier auch hergehen und können sagen, ausgewählte Standorte umbenennen. Da empfiehlt sich natürlich bei der Aufnahme das schon zu machen, wenn Sie das nicht gemacht haben, weil Sie vielleicht mit der Capture App gearbeitet haben oder so. Dann müssen Sie es hier umbenennen und dann könnte man die jetzt hier einfach nennen, Projekt 01 und dann könnte man hier eine Startzahl noch machen. Dann wird er jetzt eine 1 hinten auffüllen und hier kann man halt verschiedene Optionen, ich mache jetzt einfach mal drei Stellen, dass man das mal sieht. Ja und dann hat er jetzt hier 01, Projekt 1 und dann 1 und 2 und so könnte man die ganzen Sachen dann umbenennen. Ja, sollten Sie weitere Fragen haben, dann wenden Sie sich einfach an support.scanner2go.de und wir werden versuchen, Ihnen auch dafür dann eine entsprechende Lösung anzubieten. Vielen Dank, empfehlen Sie uns weiter, damit wir auch weiter diese Tutorials machen können und in diesem Sinne bis bald. Vielen Dank.